Ich habe aber wieder keine Lust zu runterzählen, ok? Jo. Ok, ich mache gleich Intro, ok? Harte dann. Ok, ich mache jetzt. Bist du bereit? Ja. Ok, gib mir kurz noch eine Sekunde. Jo Freunde, ich grüße euch zu einem neuen Video. Heute meine erste Runde, beziehungsweise auf meinem Kanal. Die erste Runde Gun Dice Battle. Da bin ich übertrieben gespannt, wie ich heute performen werde. Jetzt ist, glaube ich, Xenia mittlerweile diese Woche das zweite oder dritte Mal auf meinem Kanal. Wir sind echt, wir ziehen gerade durch, Leute. Es ist gerade 4.09 Uhr in der Nacht. Oder in der Früh. Keine Ahnung, wir ziehen durch. Dafür schon mal einen fetten Daumen nach oben. Ah ja, Xenia ist auch da. Hallo? Oh, mon amour, heute ganze Nacht nur mit dir, mon amour. Du hältst deinen Schnauze. Jo, um wen geht es denn heute? Also wer ist denn der Starspieler in unserem Star-Team? Flashback Arturo Vidal. Warum frage ich dich eigentlich, steht er im Titel und im Fundnail? Aber ja, ist okay. Gut, jetzt hast du es mir nochmal kurz bestätigt, ob wir hier im richtigen sind. Aber ja, Leute, Gun Dice Battle. Wer es auch nicht kennen sollte, erster Link in der Videobeschreibung. Dort ist das Hinspiel quasi. Wir haben bei Xenia zuerst noch genommen. Aber ich denke... Ich denke, das ist für jeden Selbsterklärend. Du bist hier Gast. Ich lasse dich als erster Gun Dice. Gun Dice, ja. Aber erstmal müssen wir erstmal Starspieler sein stehen. Und dann müssen wir Switchy Bukowski. Stimmt, wie bei Switchy. Ich vergiss das immer. Alter, wenn ich mein Team so sehe. Oh mein Gott. Das ist echt krank. Ich weiß nicht, wie dein Team aussieht. Aber... Gut, mein Lieber, du darfst würfeln. Kleine Info an euch. Der Schennen würfel auch für mich, weil ich die ganze Zeit mit dem Handy telefoniert habe. So, Google, ich brauche eine 2. Okay, Google, roll den Würfel. Ah ja. Geht wieder nicht. Google schlacht. Okay, Google, roll den Würfel. Sofort. Du hast eine 4 gewürfelt. Ja. Yes. Finde ich doof. Wow. 4 Mal, okay. Dann nehme ich deinen linken Stürmer und schiebe ihn ins RV. Ja. Dann nehme ich deinen rechten Stürmer und schiebe ihn... Was habe ich? Rechts oder linken Stürmer gesagt am Anfang? Linken Stürmer. Okay, dann den rechten Stürmer ins Z2M. Den rechten Stürmer ins Z2M? Ja. Ja. Den rechten Stürmer ins Z2M? Ja. Okay. Ja. 2 habe ich. So, dann den ZDM ins Tor. ZDM ins Tor, ja. Und dann den rechten ZM in die linke IV. In die linke IV. Wow. Okay. Ich habe 2. Das gibt es doch nicht. Ich habe 2. Welcher Zug war das? Welcher Zug war das? Der erste Zug war das. Okay. Und der letzte, glaube ich. Okay. Ich weiß auch schon, wie ich verschieben werde. Okay, gut. Geht schon. Okay, jetzt bist du dran. Darf ich, ja? Ja, du darfst. Okay, Google. Roll den Würfel. Sicher. Du hast eine 3. Okay. Das ist okay. Das geht fit. Ja. Und ich habe die 4, 2, 2, 2. Die 4, Triple 2 hast du. Yes. Okay. Linker Stürmer tauscht mit dem linken offensiven Mittelfeld. Mit dem linken offensiven... Mhm. Rechter Stürmer tauscht mit dem linken zentralen defensiven Mittelfeld. Rechter zentralen defensiven Mittelfeld tauscht mit dem linken Innenverteidiger. Mit dem linken Innenverteidiger, ja. Und der... Das war schon. Achso, okay. Wie viele? Drei. Einen. Einen? Okay. Ich mache den. Ich habe so Pech, ne? Welcher Zug war das? Der zweite. Der zweite. Okay, okay. Also, ich werde den so tauschen. Und den werde ich so tauschen. Ich habe 71. 44. Ich habe wieder die ganzen Innenverteidiger vorne. Oh Gott. Der Sturm ist hinten. Mein ZOM ist halt ZDM. Und ich habe einen Rechtsverteidiger, der eigentlich gute Werte hat. Aber den wirst du gleich sehen. Der ist ZOM. Die Stürmer sind Stürmer. Okay. Okay, lad dich ein. Du klingst aber nicht gerade motiviert, mein Freund. Nee. Okay, mein Lieber. Jetzt bin ich extrem gespannt auf den Team. Boah, nice. Okay. Ramos. Vidal. Okay. Fernando Torres. David Villa. Karma Flashback. Ich mache ein Geburtstag. Dein Team ist natürlich auch geil, habe ich vergessen zu sagen. Trotz bekannt und so. Danke, das ist aber nett. Ich weiß nicht, ob du die Sprungkraft hast. Oh mein Gott. Siehst du, ich habe gesagt, nett, du bist behindert. Aber er hatte gehalten, Bruder. Werner, stark, Junge. Florenzia, Alter. Der hat irgendwie 80er Abschluss oder so. Toll. Ja, war mir klar, dass dir das nicht so gefällt. Ich sehe schon die Spieler fliegen, Alter. Du hast meinen ganzen Verein leer gemacht. Es tut mir eh leid, Habib. Ja, alles gut. Es macht so Spaß. Ja, klasse. Klasse, Jungs. Mensch, das ist Einsatz. Oh mein Gott. Oh, der war stark. Oh mein Gott. Dieser Maldini, Alter, der ist ja. Ich habe immer so einen Spieler, der dich so abfuckt, ne? Immer, ja. Sag mal, wo ist eigentlich dein, 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 dein Figo? Halt die Fresse. Nein, jetzt ehrlich. Jetzt ehrlich. Wo ist der? Den hast du abgestoßen, Arschloch. Ich? Wenn sonst. Hä? Ja, ja, komm. Nein, jetzt ehrlich. Den hast du abgestoßen. Hä? Wann habe ich den abgestoßen? Ich weiß es nicht. Den Optimus. Ja, den Optimus. Das war nicht ich. Natürlich warst du das. Ja. Ich habe keinen Zugriff. Und gleich zack, 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 fünf Tore. Kein Zugriff. Das ist eine Rasse. Na, Schweinchen unter uns oder was? Oh mein Gott. Oh, Netto, Junge. Was ist mit dir los? Wow, krass. Netto gegen Bruto. Genau. Da. Oh, schade. Ja, war das. Toros. Hättest du ein bisschen Chemie, hättest du ihn vielleicht reingemacht. Ja, gut, ich habe Schwierigkeiten, Alter. Toros. Ein Elfmeter. Netto hat ihn gehalten? Was ist mit dir los? Bist du jetzt Fan von ihm, oder was? Ja. Nein, Netto. Nein. Ey, wer ist der bei dir? Wer? Was denn? Der Innenverteidiger. Fernando Torres. Alter, der ist der Heftigste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Willen. Was war denn da los? Das ist Torres. Ah ja. Und wer ist das? Das ist Podolski. Was? Wir sind ja voll gut. Torres, Junge. Das kann nicht wahr sein. Unsere Partner. Hey, komm, ey. Ah, wieder zwei. Ey, das gibt's doch nicht. Werner. Krass, dass es dieses First Time schon wieder so extrem ist. Du schießt momentan zu viele Tore mit First Time. Was ist das? Nein. Ach du Scheiße. Oh Mann. Schulz. Boah. Ne, ne. Ich will auch zu Umtiti, Junge. Stark. Komm, setz dich ins Tor. Setz dich ins Tor. Kack erstmal hin. Komm, kack hin. Ey, zwei, eins. Trotzdem stark. Schöne Kackwurst in das Tor geletzt. Stark. Ey, komm. Ne. Ne, das zählt nicht. Du bist mir auf den Fuß gestiegen. Ne. Sorry. Sorry, du bist mir einfach auf den Fuß gestiegen. Ja. So, Jungs. Mann. Wir haben Zeit. Schieß weg. Ruhig. Pfeif ab, Schiri. Herr Schiedsrichter. Ey, komm. Wie er grätscht, du kleiner Buh. Du hast von mir gelernt, ha? Äh. Oh, oh. Ja, okay. Ich lass noch zu. Ich lass zu. Ich lass zu. Komm. Komm. Mach den Ausgleich. Mach den Ausgleich. Dann habe ich noch die Verlängerung. Schade. Hm. GG. Du hast richtig stark gespielt. Für das, wie deine Spieler gestanden sind, jetzt. Weiter. Alter, Tore ist 8,2. In der Innenverteidigung. Podolski, Außenverteidigung. Ey, ich hab das. Okay, hätte ich vielleicht eine Flügelformation gehabt. Hätt sie mich kaputt gemacht. Dann, glaube ich, da muss ich zugeben, vielleicht ja. Muss ich zugeben. Aber so mit der Raute, hat funktioniert. Ein Pick. Ein Pick. Du hast sogar 13 Schüsse. So viele Schüsse, wie ich. Ja. Krank gut. Ah, komm. Gib ihm. Soll ich ihn geben? Ja. Leute, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt, gebt doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ich hab ehrlich gesagt keinen Plan, wie ich das machen werde bei dir. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Stoß ab. Stoß einfach ab. Okay. Ich mach den Rechtsverteidiger. Den RV, ja? Ja, den RV. Ja. Kostet ein bisschen was. Kostet 24k. Ist rum, Titi. Ich wurde verschont. Gott sei Dank. Fake. Wo stand Ramos? Ramos, linkes ZOM. Linkes ZOM. Oh mein Gott. Hast du umgestellt? Zwei, drei Spieler nur, ja. Ey, das war... Also Leute, damit ihr Bescheid wisst, dieses Card war jetzt fake. Ja, alles klar. Aber... Siehe, shoot'em ab. Ist auch fake. Genau, das war Montag, Leute. Checkt unbedingt das Shoot'em up ab. Und, ja. Ich bin jetzt so müde. 4 Uhr 38. Jetzt heißt es noch die Videos bearbeiten und dann abfahrt. Ab ins Bett, ne? Ja, Mann. Achso, das war es jetzt. Ja? Ja, unbedingt. Erster Link in dem Video. Beschreib mir das Video bei Xenja aus. Nochmal. Vergiss nicht den Daumen noch rumzulassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Xenja, letztes Wort. Dann geht's ab ins Bett. Supportet den jungen Mann mit abonnieren, liken und kommentieren. Und teilt es mit euren Freunden, wenn ihr euch gefeinert habt. Und, ja. Tschüss. Ciao.